Hallo ihr Lieben, nochmal quick and dirty, ein kleines Video, ich bin Christian Schemeier, Parttherapeut, Psychotherapeut und ich bin ein Video-Blog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe, ja neues Fußball-Shirt, genau, es geht um das Thema, was ist wenn dein Partner dich triggert, also wir sind ja alle drauf programmiert, geeicht, dann immer zu überlegen, ja was ist mit dem Partner nicht in Ordnung, also das ist ja auch völlig legitime Sichtweise und ja klar, wenn jemand ständig permanent triggert mit allem möglichen, ja darf man sich überlegen, ist man eine toxische Beziehung, ist es die richtige Beziehung, ist es der richtige Partner, alles in Ordnung, aber ich will heute mal auf einen anderen Punkt kommen, zu überlegen, was ist mit dir, was sagt das über dich aus, wenn dich etwas antriggert, also es geht uns ja allen so, nicht nur mit Partnern, also ich finde sowieso momentan ist so die Triggerzeit irgendwie, was ist, wenn sich ein anderer Autofahrer antriggert, die Regierung nicht antriggert, Corona nicht, also gut, lassen wir Corona mal außen vor, die Medien nicht antriggern, dass das Gras nicht so schnell wächst, dich antriggert oder es zu heiß ist, zu kalt ist, zu viel Allergie, zu viel, ich weiß nicht was. Also natürlich kann man sich das immer angucken, aber es sagt auch was aus, dass du noch Dinge in dir hast, Schmerzpunkte, wahrscheinlich teilweise auch traumatische Punkte, die aufgelöst werden wollen sozusagen und wie kannst du das auflösen, da kann man natürlich ganze Büchersammlung drüber schreiben. Ja und ein Weg, das ein Stückchen abzuarbeiten, ist eben, ja, sich dieses angetriggert sein, also nicht gleich darauf zu reagieren, indem man zum Beispiel, weiß ich nicht, zurückschießt, verbal dem anderen oder sich furchtbar aufregt, also ist natürlich, mein Gott, da macht man's halt, ne, das ist auch menschlich irgendwie, aber wenn du sagst, okay, ich möchte das weiter abbauen, dann ist eben ein guter Weg, das anzuschauen, so quasi aus so einem meditativen Zustand zu sagen, wow, jetzt bin ich auch mal richtig fett angetriggert hier und man muss es auch nicht immer unbedingt verstehen, warum dich jetzt irgendwas so antriggert oder dich so antriggert irgendwie, dass du so, oh, die Haare auf dem Berg, auf dem Kopf stehen hast irgendwie, ne, sondern du kannst einfach feststellen, ja, es ist so, es ist so, warum auch immer, es ist so, dass da, weil jeder Trigger, den du hast, da zeigt sich sozusagen, wenn du so willst, ein Energieblock oder eine Blockade, die aufgelöst werden möchte, so, ne, die zeigt sich halt und du schaust sie an, du sagst, wow, da bin ich jetzt auch mal richtig fett angetriggert, äh, und hältst diese Emotionen quasi aus, ne, also gehst da durch, atmest da rein, ähm, gibst nicht jemand anders die Schuld, gehst nicht ins, versuchst nicht ins Opfer zu gehen, ist ja schon schwierig genug manchmal, sondern stellst einfach fest, das ist jetzt so und vielleicht muss ich mich da auch jetzt um irgendwas kümmern, dass man, vielleicht entstehen daraus jetzt auch irgendwelche, dass man sagt, okay, ich muss jetzt das und das mal regeln oder so geht's nicht oder, äh, das lassen wir jetzt mal heute außen vor, heute gucken wir uns mal an, ja, was machst du mit dieser Emotion, du gehst da durch, ohne sie wegzudrücken, runterzuschlucken und, ja, gehst da quasi durch und das ist auch eine Arbeit, die kann einem auch irgendwie letztlich keine abnehmen, ist so meine Erfahrung, also natürlich, ähm, ja, kann sozusagen, kann man begleitet werden, kann man, ähm, Therapie machen, ich weiß nicht was, alles Mögliche, aber irgendwann gehst du durch diese Emotionen durch, ne, also klar ist es schön, wenn du, wenn du jemand hast oder Freunde hast oder die, die an dabei begleiten, aber es gibt so Sachen im Leben, ja, so deine eigenen Gefühle, ja, also man kann da, glaube ich, zeitlang vorweglaufen oder auch lange vorweglaufen, aber irgendwann, ja, ähm, muss man sich, glaube ich, angucken und am besten eben mit so einer Haltung von, ich geh jetzt nicht nochmal ins Drama, wenn ich mir das angucke, ne, ich sag jetzt nicht, oh Gott, ich hab einen Träger, was, was für ein Drama, was ja ganz leicht passiert, sondern, ich sag ihm, ja, okay, ich guck mir das jetzt an und es, die Welt geht jetzt nicht unter, ich bin jetzt angetriggert und, und für dieses eventuelle Problem, was damit einhängt, wird man eine Lösung finden, ich kann ja mit meinem Partner morgen mal reden, ich muss es ja nicht jetzt machen, oder, oder vielleicht ist es auch nicht die richtige Beziehung, ähm, aber ich werde jetzt versuchen, das zu entdramatisieren und einfach feststellen, dass ich angetriggert bin, so, und übernehme für mich die Verantwortung, mit diesem Träger umzugehen, das ist, glaube ich, auch super wichtig, dass wir immer mehr lernen, für unser Leben, für uns die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, hey, ja, das, ähm, muss ich mich jetzt drum kümmern, so, ne, ja, in diesem Sinne, wir werden uns mal wiedersehen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020